hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einem neuen video heute haben wir für euch ein ja ich glaube ganz cooles video für euch und zwar ein 2 in 1 video und zwar heute gibt es bei uns 24 stunden lang nur essen von und gleichzeitig wollen wir euch noch die oder möchte isabelle euch noch die fünf coolsten sommerspielzeuge zeigen also die spielzeuge die sie wirklich am liebsten hat diesen sommer und ja das bauen wir dann so zwischendrin 1 auf jeden fall wenn euch das video gefällt dann und schreibt uns doch auch welche spielzeuge euch vielleicht am besten gefallen was ihr am coolsten findet oder was ihr vielleicht sogar schon zu hause habt ja und jetzt fangen wir glaube ich einfach mal an natürlich braucht man für essen von ikea muss man auch zu ikea fahren ist ja irgendwie logisch das habe ich gemacht jetzt gibt es erstmal frühstück haben schon alle hunger hier frühstück frühstück und dazu denke ich jetzt mal den tisch und ihr könnt ja ein bisschen zuschauen und dann zeige ich euch was es alles zum frühstück gibt man wissen überhaupt bist du auch da also ich habe mir auch gedacht damit das ganze ein bisschen hübscher ist da habe ich so eine tischdecke noch mitgenommen das scheitert schon am auspacken kriegst du auch ich fand die so schön die passt jetzt wahrscheinlich nicht ganz drauf aber egal auf jeden fall ist es so ein bisschen so ein eyecatcher für unser frühstück eine picknick decke oder nee nee das ist so eine die kann man auch draußen mal wenn am samstag kommen freunde zum kreieren ich finde die ist so hübsch schaut gleich alles viel freundlicher aus oder ja ich muss sagen wir hatten sogar wir hatten sogar kaffee schwedischen aber das ist schon länger was ja dass ich eingekauft habe und hat kein kaffee und jetzt habe ich schon aufgebraucht aber zum frühstück gibt es jetzt auf jeden fall t ist es ein früchte tee mit pfefferminz und kakao also könnte spannend sein und den mache ich jetzt als erstes ich gucke mal das wasser für den tee ja darf ich den tee da schon mal rein tun ja guck mal vielleicht weiß es nicht vielleicht es riecht richtig gut vielleicht drei teelöffel oder so ok oh riecht du es wenn ihr riechen könntet der riecht total nach ich weiß nicht schokolade die riecht nicht so fest ich gucke mir gleich hier im flash guckt euch das mal an so schaut er aus darf ich mal so dann machst du jetzt noch ich würde mal sagen drei zieler für ein genau wie heißt der peppermint tee das war super heiß das mache ich jetzt gehst du mal den tee auf den kommen dann gleich auf den tisch stellen ich bin gespannt wie das schmeckt ja auf jeden fall der riecht wahnsinn die easy deckt jetzt mal den tisch wir sind zu dritt also ich der papa ist nicht da da sitze ich da der ist nämlich schon ganz früh weg zum golfen heute und wir decken jetzt mal den tisch isabel stellt jetzt gleich noch die anderen sachen hin und zwar ich zeige euch das mal zum frühstück habe ich mir gedacht einmal ein muesli aus schweden dann haben wir hier marmelade das ist das für eine das sind raspberry himbeeren und blaubeeren und so kleine zimtgebäckstücke und natürlich brauchen auch ein brot holt es mal was wäre denn ein schwedisches frühstück ohne guck mal dass man hier hinlegen knäckebrot echt gespannt was das für riesen riesen scheiben sind es brauchen noch messer und löffel zwei ausnahmen machen was denn du brauchst die milch an mich kannst natürlich holen und ein bisschen kakaopulver ja das ist schon okay holst du das genau den tobi brauchen wir noch dann geht's los so also jetzt geht's los und mal gucken es gibt tee so jetzt also hier guck mal unser frühstück und wohl mal die marmelade her und dann geht's einfach mal los und wir probieren das müssen wir es auseinanderbrechen denke ich mal und jeder kriegt so ein stückchen oder jetzt sag mal was du hast irgendwas mit zimt rollen und ich probiere auch das mit dem ich probiere auch das knäckebrot guckt oder die marmelade ist gut oder den tee der ist wahrscheinlich noch superheiß riecht eigentlich wie kann schon mal zimtschnitten ja der tee ist gut der schmeckt wie pfeffermindskräutertee also jetzt nicht mein lieblings tee ist die marmelade und wie schmeckt der tee habe noch nicht probiert magst du weiter rumrutschen man sieht nicht so gut der tee ist der tee ist der tee ist rot geworden der tee ist rot geworden doch der war gelb also wenn nicht schlecht diese auch sehr gut knäckebrot schmeckt wie dieses frische brot vom becker also frühstück ist auf jeden fall schon mal super machen es ist alles von eklia außer die mehl und der kakao ja genau das schaut gut aus wir haben solche videos für mich dann auch gleich wieder dabei ich verlass mich magst du es mal zeigen in der nahaufnahme so ein bisschen was ich habe richtig pass mal auf das kaputt hier was hat richtig richtig große früchte drin hier sieht man es ist oder ungefähr drin so eine leute nicht mehr runter essen frühstück ist auf jeden fall schon mal super und wir sehen uns gleich wieder ich brauche immer ganz viel kakao ein sommerspielzeug das ihr im sommer auf jeden fall meiner meinung braucht ist ein pennybox ich verlinke euch unten in der infobox auch mal wo ich das her habe und ich finde es auch richtig cool weil man kann es überall mit hinnehmen es passt in schnell mal ins auto in den kofferraum und ja es sind auch meine lieblings fahrer das ist es ist richtig richtig cool und anstrengend zu fahren und schreibt auch mal in die Community, ob ihr das auch habt. Und ja, jetzt kommen wir zum nächsten. Was ich im Sommer immer brauche, sind auf jeden Fall Straßenmark rein. Ich habe hier eine riesen, riesen, riesengroße Schachtel mit Straßenmark rein. Da sind 15 drin. Und das verlinke ich euch alles auch nochmal unten in der Infobox. Das Tolle an Straßenmark rein ist auch, dass die ganze Nachbarschaft mitmalen kann. Und wir haben da auch schon so viele, so viele, tolle Kunstwerke gemalt. Jetzt ist schon Mittag, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man etwas Tolles macht. Und was bei einem schwedischen Essen natürlich nicht fehlen darf, sind Köttbäller. Genau, ich bin ja gerade hinter der Kamera. Ich habe natürlich Köttbäller besorgt. Die Isabel wird die jetzt da in die Pfanne geben und dann kommen die erstmal in den Ofen. Und dann machen wir uns noch die Soße dazu. Und da hier hinten, Isabel, zeig mal die Flasche. Das ist nämlich Holundersirup. Das kommt dann in unser Wasser zum Trinken. Zeig mal den Holundersirup. Das hier, das hast du dir auch bei den Kehr gekannt. Naja, klar. Wie heißt der? Drückfläder, oder? Die haben immer Namen. Drückfläder. 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 Was auch immer das heißt. Und die da, die heißen, das ist ja auch komisch, Allemannsretten. Das hört sich an wie Ratten. Da nicht auf die schmecken. Wieso heißen die eigentlich nicht Köttbäller auch? Hä? Doch, das ist schon richtig. Das ist, vielleicht heißt das auf Schwedisch gar nicht. Auf jeden Fall werden das Köttbäller, wenn es fertig ist. Ja, jetzt darf ich sie hier auf der ganzen Pfanne verteilen. So, prima. Schaut, dass die alle flach sind, dann stellst du sie in den Ofen. Die riesen Schleuner sind Köttbäller nicht. So. Was auch heiß? Oder soll ich das machen? Ja. Okay, kein Problem. Macht die Mama. Wie lange muss ich mir jetzt im Ofen bleiben? Was steht denn da? 12 bis 15. Ne, warte mal. Im Ofen haben wir sie ja. 15 Minuten. Und dann machen wir noch die Soße dazu. Preiselbeeren haben wir natürlich auch. Wie heißen die denn? Sylt-Lingon. Ökologisch wahrscheinlich. Also weiter geht's. So, Wasser habe ich jetzt schon rein. Jetzt kommt die Soße dazu. Oder das Pulver. Normalerweise mag ich das nicht so gern mit dem Pulver. Aber das war jetzt so. Einmal. Isabel, magst du mitmachen und rühren? Ja, rühren. Rühren, rühren, rühren. Lass mich jetzt mal machen. Sag mal her. Kannst rühren. Na, ich bin nochmal gespannt. Die Päckchen Soßen mag ich normalerweise nicht so gern. Ja, ich kann die nicht. Ja, ich sag das ein Päckchen. Ja eben, weil wir sonst immer selber die Soße machen. Ach so. Jetzt schauen wir einfach mal, ob es schmeckt. Wann haben wir das letzte Mal gekriegt, wenn wir in die Käste? Das ist schon lange, lange her. Ich habe es nochmal ganz selber gemacht. Kannst du dich erinnern? Nein. So, jetzt schauen wir mal, was die im Ofen machen. Guck mal, die schauen ja mal richtig gut aus. Da kommt jetzt nämlich dann die Soße drüber. Oder? Oh nein. Oh nein. Ah, tut's weh. Nein. Alles gut, ich mach jetzt aus. Lecker, lecker. Ja, aber die werden jetzt fast übergekocht. Ich hab ausgemacht, das kommt jetzt noch da über die Kötzern drüber. Oh, das schaut so gut aus. Oh, nein. Oh. Äh. Boah, so. Ich denke, weil die bei Ikea machen das ein bisschen besser wie wir. Nein, das ist noch nicht schlecht. So, ich hab jetzt hier schon mal den Tisch gedeckt. Wir essen jetzt einfach noch das Kneckerbrot dazu. Zum Nachtisch gibt es diese Zimtschnecken. Wir haben Preiselbeeren und den Sirup für das Wasser. Das schaut richtig gut aus, Mama. So, dann stellen wir es mal auf den Tisch. Soll ich Tobi holen? Ja. Ja, unser Mittagessen ist auf dem Tisch. Kinder können ins Körper warten, ich hab noch überhaupt keinen Hunger. Ihr nehmt euch jetzt einfach mal was und fangt an. Ich kann jetzt nicht schon wieder was essen. Schaut auf jeden Fall ganz gut. Ja, es wird reichen. Heißt, 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 einfach brannt. Echt? Geht, Schatz? Ja, ja. Mega gut. Schmeckt es gut? Mhm. Schmeckt es gut. Aber die Tütensoßen sind ja nicht immer so süßig. Heiß, Isabel. Heiß, heiß, heiß. Tobi, was sagst du? Mega, oder? Mhm. Was esst ihr eigentlich bei Ikea so? Oder geht ihr überhaupt zu Ikea? Oder esst ihr da überhaupt nicht? Ihr könnt ja mal auf Instagram uns schreiben. Irgendwie kann man das so. Ja, oder auf Instagram. Ja. Sieg, du hast ja noch gar keine Preise werden genommen. Mhm. Die sind aber richtig heiß. Ja. Das nächste Spielzeug habe ich noch nicht mal ausgepackt. Aber was man auf jeden Fall im Sommer braucht, sind neue Inliner. Inliner. Ich will mir den gucken, wie sie aussehen. Oh. Sieht die schön. Schau mal, Mama. Die glänzen. Mama, schau mal. Genau, das sind neue Inliner für die Isabel von K2. Das ist nicht gut. Weil Inliner sind eigentlich immer bei uns beliebt, oder? Also Inliner, da wird immer mitgefahren. Alle Nachbarskinder düsen durch die Siedlung. Und der Isabel ihre Wand viel zu klein. Also Inliner sind auf jeden Fall ein Top. Viel, viel, viel zu klein. Ein Top-Sommerspielzeug. Aber, was musst du anziehen, wenn du fahren möchtest? Zeig's mal. Handschoner. Helm. Der ist noch nicht da. Handschoner auf jeden Fall. Ich sag zwar auch immer Knieschoner. Wären schon gut. Guck mal, aber die hat sie schon da unten auf die Seite geschleudert. Eigentlich bin ich dafür, dass Knieschoner auch angezogen werden. Aber okay, gut, ein Helm muss auf jeden Fall anziehen. Kann schon. Das hat da damit nichts zu tun. Es kann ja auch sein, dass du einfach mal über den Stein fährst oder dass dich jemand über den Haufen fährt. Das tut furchtbar weh. Und einen Helm setzt du auf jeden Fall auf. Okay? Ja. Und dann geht's los. Die Schule an den Inlinern hier ist, die kann man einfach ruhig verstellen und anpassen, sodass man auch länger was davon hat. Das haben wir jetzt schnell gemacht. Bis zur Schuhgröße, bis zur Nummer 5. Also nicht Schuhgröße 5. Ja, genau. Und dann hat man einfach auch länger was davon. Es lohnt sich bei Inlinern auf jeden Fall, Marken Inliner zu kaufen. K2 finde ich persönlich immer sehr eine gute Wahl. Hatte ich vorher auch K2-Inliner? Genau. Echt, aber die war ein bisschen anders von der. Ja, die hast du auch schon länger gehabt. Jetzt geht's gleich los. Ich finde die Inliner so schön, weil sie, das ist so ein Aprikosen-Glitzer. Gell, Mama? Das glitzert so, gell? Ja, die sind echt schön. Mal einen großen, großen, großen Bogen. Und ja, so, ups. So Leute, mittlerweile ist es jetzt schon Nachmittag. Und heute ist Annika über Nacht bei mir. Und das ist super, weil dann kann ich euch gleich das nächste Spiel zusammen mit Annika zeigen. Das Spiel, das ich jetzt mit der Annika spiele, heißt Leiterkolb. Und es macht richtig viel Spaß. Und ja, wir spielen es jetzt noch. Ich verlinke euch das Spiel auch unten in der Infobox, falls es euch auch interessiert. Jetzt spielen wir. Und jetzt? Ich. Ja. Oh. Annika? Oder? Ja. Glaubst du schon? Ja. Guck mal, die hängen dann und dann zählt man einfach die Punkte. Also je höher, drei Punkte, zwei Punkte, ein Punkt. So, Annika hat noch einen. Oh, daneben. Und der letzte für die Isi. Oh, der ist voll weggesprungen. Hast du es gesehen? Das ist so unfair. Ich darf noch mal. Nee, du darfst nicht noch mal. Das macht man ja auch mehr so zum Spaß, ne? Ja. Okay, dann darf ich auch noch mal. Du darfst auch noch mal. Dann darf ich noch mal. Ja. So, ihr Lieben, ihr habt ja gesehen, mittlerweile ist die Freundin von der Isabel da. Die hüpfen jetzt draußen. Die hüpfen jetzt draußen gerade noch im Trampolin. Und natürlich müssen wir auch Abendessen. Und na klar, was gibt es wohl, wenn wir 24 Stunden Essen von Ikea machen? Na, hattet mal. Na klar. Hot Dogs. Dazu habe ich die Partypackung bei Ikea gekauft. Und zwar, Moment, ich hole die mal her. Guck mal, das ist dieser Karton. Den kann man da kaufen. Und dann bekommt man auch tiefgekühlte Hot Dogs und Hot Dogs-Semmeln mit dazu. Und hier drin ist dann alles, was man noch braucht. Also eine Flasche Ketchup. Ist auch super für Kindergeburtstag oder so. Oder Partys. Egal. Dann Senf, der passende. Dann, ihr kennt ja diese Gurken, die man da noch braucht. Und natürlich Röstzwiebeln. Jede Menge. Und was ich total cool fand, sogar diese Tütchen, wo die immer drin sind. So, also so schaut das Ganze aus. Und ich schmeiße jetzt mal die Würstchen ins Wasser, die Semmel in den Toaster und dann geht es auch schon los. Ich muss sagen, bis jetzt fand ich alles ziemlich lecker. Also ich fülle das jetzt trotzdem mal um. Und so kleine Schüsseln, damit wir es auf den Tisch stellen können. Semmeln habe ich jetzt geschwöhnlich in den Backofen noch rein. Schmecken die ein bisschen besser. So, jetzt brauche ich aber doch die andere Hand und die Gurken hier noch rein. Schau, jetzt kann es gleich losgehen. Sie kommen. Wo ist es dann da? Neben dir? Da ist es. Also, wie schaut es aus wie Original Ikea, würde ich mal sagen, oder? Ja. Auf jeden Fall. Diese typischen Kantine-Boxen, die sie aus mir fangen. Dann lasst es euch schmecken. Mal kochen, mein erstes Ketchup mit dem Tisch. Alles kann man machen, wie man will. Ich mache es so wie ein normaler Hotdog. Äh, den Ruhi-Tel. Ich weiß, wer keinen Hotdog bekommt. Die schauen nochmal richtig lecker aus, oder? Ja. Oh nein, meinst du auch so... Nein. Was ist das da auseinander? Ja. Also, Leute, lasst mal ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Und schreibt doch in die Community, ob wir so Essens-Video nochmal öfter machen sollen, beziehungsweise was ihr da sehen wollt. Ich glaube, ich habe einen Easy-Gestellung, schmeckt das ganz gut. Das glaube ich auch. Ich meine, ich habe 24 Stunden McDonalds. Nein, das ist keine gute Idee. Aber nur rundes Essen oder nur... Was? Oder nur rundes Essen oder nur dreieckiges Essen. Warte, lass mich überlegen. Rundes Essen-Burger. Also, guten Appetit. Anika, ich bin so voll. Bist du auch so voll? Ja. Ein bisschen Bewegung wäre jetzt toll. Wie wäre es mit Waveboard fahren? Ja, komme. Waveboard fahren ist jetzt auch mein letztes, coolstes Sommer-Spiel-Zeit. Das hier ist mein Waveboard. Ich finde es richtig cool. Wenn man ein Mädchen ist, dann hat man ja auch immer eine Nagelfeile. Haupt, nichts Schweres zu lernen. Man muss nur wackeln mit der Hufte und Wellenbewegung. Das Lied Wackeln mit der Hufte. So habe ich es easy beigebracht. Wackeln mit der Hufte. Wackeln mit der Hufte. Wackeln mit der Hufte. Wackeln mit der Hufte. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch dieses coole Waveboard habt, schaut einfach mal bei mytoys.de vorbei. Und ich verlinke euch das alles noch mal in der Info-Frocken. Und jetzt fahren wir, okay? Ja. Eine ganze Runde. Gut. Eine ganze Runde, also um den ganzen Block. Okay, warte. Na dann, könnt ihr euch schon mal verabschieden. Warum? Weil das Video jetzt aus ist. Wir haben 24 Stunden gegessen. Ja. Und jetzt dürft ihr wieder was normales Essen. Tschüss. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.